Die Frage ist, wo müssen wir hin? Hier war ich... Hier war... Hier habe ich die Klee für gefunden. Und weg ist er. Hey, ihr Lappen. Macht's gut. Boah, Alter. Junge. Hohoho. Alter, der hat mich jetzt aber gut erwischt, ey. Die Sau. War ich hier drin schon mal? Nee, ne? Ist jetzt mein Mauspfeil eben jetzt da weg. Hallo? Oh, Admirer seem to follow me everywhere. Hä? Ja. Das ist gut, dass wir unseren alten Klienten benötigen. Hast du den wunderschönen Wiffen von Geld in der Luft? Moneybags himself, Lorenzini Vanini, ist in dieser Factory in diesem Moment. Du hast uns auf unsere Rücktritt zurückgebracht. Wir hatten den Vergnügen von seinem Vergnügen in person, nur zu sein, dass es nicht ein Joke war. All wir können tun war, was es laughieren. Keep deine Hübschen, wenn du in der Luft bist. Okay, das war's. Das war's anscheinend. Sternfragment. Dankeschön. Die Frage ist, kann man eigentlich den da unten besiegen? Aber da ist diese Flüssigkeit, also... Ich glaub, da geh ich erst mal... Alter. Die halten auf jeden Fall jetzt schon mehr aus. Ist das wegen mir? Hab doch nur ne Puppe gekillt. Eine Puppe. Hi. Hi. Aua, scheiße. Ach, kacke. Mich anvisiert. Also, hier geht's halt überall hin. Aber was ich echt bemängeln muss, was ich gehofft habe, was es hier gibt... Ah, okay. Ist Open World, so wie bei Elden Ring. Ah, hier haben wir doch den einen... Hier haben wir den einen Boss gebattelt, ne? Der ist gedespawnt. Ja, ja, ja. Hier war das. Gut, dann geht's hier nicht weiter. Das heißt dann... Ab in die Röhre. Alla. Ein kleiner Hüpffrosch, hä? Oh, nein, 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 nein. Alter, wo kam... Hä, wo kamen die denn jetzt her? Ist doch alles dicht. Oh, hi. Alter. Zwei von denen hier unten. Oh. Hallo. Hallo. Oh, Alter. Oh, fuck you. Alter. Oh,ster. Was steril. Wie? Oh,ster. Hopp. Oh. Yeah. Oh. Christ. Was properties. Alter, ich wollte ausweichen, Junge. Wo kommt denn überhaupt her? Ah, hier bin ich. Au, das war mal ein Mensch. Oh. Hä, und jetzt? Ähm. Okay, sonst kann ich hier nichts machen, ne? Alter. Die hat ganz schön Schaden genommen, natürlich. Okay. Schlüssel da, okay. Mich wundert aber, dass die uns... ... ... ... Mich wundert aber, dass die uns einfach rauslassen Wenn wir Bock drauf haben Weißt du was? Nicht, da war ich ja schon Das ist so ein Zirkus-Clown, ne? Tschüss Dankeschön Dankeschön So, ich glaub ich hätte da gar nicht durchgemusst Ne, hier bin ich falsch Oh, der Platz Ist aber kein Schuss-Chatting Ah, vergessen umzusprechen Dankeschön Alter Vielen Dank So Reicht schon wieder für einen Aufstieg, theoretisch So, wie stark ist der? Ja Ja, okay Oh, Alter Nein Nein, 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 Alter 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 Boah, fuck Ich dachte, der kann sich nicht Ich dachte, der kann sich nicht nochmal ausrichten Wenn er mal Alter, wie weit bin ich denn Weg und er trifft mich immer noch Ich dachte,uinden Doch, nein, 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 nein Nein, 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 nein. So Was Alter, wie lange braucht der denn, um sich zu regenerieren, der Spacken? Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, der kann doch gar nicht bis hierhin. Nein! Nein, 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 ich darf jetzt nicht. Nein, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich lasse mich doch von dem Blech einmal zu besiegen. Oh, Alter. Oh, oh, oh. Fuck, Alter, war das knapp. Oh, ich hab, Alter, ich hab plus 4000 noch. Aber, Alter. Ist das ein Gegner, der nur einmal da ist, oder kommt er immer wieder? Der war jetzt, ja, okay, also. Sowas hätten wir auch als ersten Boss nehmen können. Das passiert halt, wenn man zu viel will. Hier will ich hin, glaube ich, naja. Komm ich da überhaupt hoch? Nee, oder? Nee. Das passt. Alter, der hat mich fast fertig gemacht, ey. Und der hat fast, der hat so eine lahme Geschwindigkeit eigentlich. Spielst du es eigentlich auch, oder? Das geht nicht kaputt. Alter, ihr Ficker. Nein, das sind die starken Puppen. Nein, das sind die starken Puppen. Tschüss. Tschüss. Das habe ich ja voll vergessen. stores sind die starken Puppen. Buss. Also, die sind die starken Puppen. Das ist die starken Puppen. Das ist die starken Puppen. Sohn die Puppen. Die sind die starken Puppen. Da ist die starken Puppen. So, jetzt geht's mir doch gleich viel besser. Aber die Frage ist, musste ich da hinten jetzt hin oder wo muss ich hin? Gab's nicht eine Karte irgendwo? Nee, ne? Nee, der ist weg. Einmal weg für immer weg. Ich muss aber auch wieder diese Denkweise einfach draufhauen. Muss ich wieder ein bisschen ablegen jetzt bei dem Spiel. Nein. Nein! Alle, guck mal, wie lange der braucht, um sich zu erholen, ey. Na gut, ich muss die Ausdauer noch ein bisschen skillen, das ist echt. Wow, ist okay. Ich muss die Ausdauerskillen, das ist echt räudig. Wenn ich das mache, dann kommen die alle wieder, die Spacken. Oh, was hält denn der aus? Ah, hier war der Dolch drin. Okay, alles klar. Was ist denn, um Pupp zu betäuben? Geh aus dem Weg, wenn du kannst, du auch nicht bist. Geh ihnen aus dem Weg, wenn du okay bist. Jo, so einer ist das. Hallo! Fuck you! Das hatte ich doch schon mal, oder? Okay, die sind wenigstens einfach. Fuck! Hier haben wir auch immer was rausgenommen, ich glaube, die Feuerwehrachse oder so, ne? Ah, hier war der, okay. Hier war der erste Zwischen-Boss irgendwas. Hm. Hm. Alter, noch einer Tschüss Irgendwas hab ich aufgemacht, irgendwas Oh, hallo Die anderen waren doch betäubt, wenn ich das gemacht hab Und wo genau ist er jetzt? Best of luck to you, my friend Hebel Aha Okay Okay, da unten ist wieder so ein großer Wichlela I hope he's all right Aha Oh, hallo, das ist doch der Typ, oder? Oh Oh Those stalkers were supposed to be working for me, but Well, they bolted and left me to my fate That was not helpful My butler went to barricade the back door and I haven't seen him since Wichlela has been a loyal companion I'd hate to lose him The factory is, of course, my priority, we must take it back But please, keep an eye out for my For my butler I'd consider it a personal favor and owe you in kind Okay Achtung, vorsichtig beim Umgang mit Edson-Minkalien Achtung, darauf, dass ihre Finger nicht schmelzen Was hat man hier alles in der Tasche eigentlich? Ja Wie so leuchtet das? Alter Fuck you Okay, die Puppe überleben den einen starken Angriff Alter Wo ist denn bei denen die Schwachstelle? Nein Geht doch weg Alter Ich hab noch geblockt Ja, nice Die Gegner sind gerade relativ schlangsam Schnell, wollte ich sagen Aber jetzt hat er nichts zu sagen, ne? Ja, das ist der Ich hoffe mal, der ist wirklich freundlich Nein, er stellt sich wahrscheinlich raus Alter Alter, jetzt Lauf doch, Junge Alter Alter Ja, komm, schlag mich Was hab ich da alles bekommen? Ich hab gleich viermal Verbesserung freigeschaltet Verbesserung freigeschaltet Nein Nein Und jetzt Oh, jetzt sind die auch wieder da, ne? Ja Los? Ich hab er Wir reconocen Wir machen Schnell – im et Wer Ich ever Ich ату E 해주 Warte mal, wo waren das jetzt? Ich blick schon gar nicht mehr durch. Ah, die kommen jetzt hier rein. Ah, das ist nicht gut. Eigentlich ist es egal. Ich glaube, ich muss links hoch. Das ist ein bisschen verwirrend gerade hier, das Level. Aber ich war doch auf der richtigen Spur. Das habe ich gemacht, wo da hinten komme ich. Ich kann... Aber ich muss doch hier lang. Ne, das ist nur eine Abkürzung, oder? Kommt der hier rüber? Ne. Hmm. Ich bin die Vor all diesem... ...この Chaos... Fuoco war der Puppet in charge of the Furnace. Aber er hat sich verändert. Er war ein Stand-Up-Fellow mal. Now, nicht so viel. Ich sage, er ist noch ein Armee der Puppets- und sie auf der Katedral. Wie kam dieser Nachtmärz? Bitte, du musst ihn verhörtern, bevor er mehr schütte. Ich sehe schon. Alter! Du kleiner Spacken! Fuck you, da ist nochmal so einer! Die können sogar blocken! Okay, nochmal! Come on! Okay! Okay! Fuck! Ja, sollte reichen. Äh, geht's hier oben doch nicht weiter. Äh, geht's hier oben doch nicht weiter. Äh, geht's hier oben doch nicht weiter. Oh, hier geht's runter, hab ich gar nicht gesehen Oh, oh, bin ich doof Und hier ist, oh nein Alter, das schaff ich doch niemals mit drei Dingern, oder? Ich schaff doch niemals mit drei Lebensdingern, den zu besiegen, oder? Hmm Ähm, hallo? Freco Scheiße Ja, ziel auf mich, komm Fuck Alter Ja, ziel auf mich, komm Alter Nein, kein Ausdauer mehr, Idiot, Idiot, ey Oh nein, geht ab Alter Scheiße Okay Okay Hm, hm, hm Hm, hm, hm Hm, hm, hm Ah ja, Hotel, klar, da unten Erstmal aufleveln ein bisschen Vier, fünf Stufen, dann ist ganz gut, glaube ich Ey, warte mal Nee, kann ich gar nicht Fuck Ich hätte es erst aufsammeln müssen No Hoffentlich liegt es vor dem Bossraum Okay, also mit dem Mit dem Sternstab, dass man sich Hilfe holt Ist es War es jetzt eigentlich relativ okay, sag ich mal Okay Okay, da ist es Ich glaube, bei Elden Ring war es im Bossraum, soweit ich weiß, ne Also, dass es Gerespawned ist Ach, ne I must atone for my sins Hello Oh I must kill more puppets More 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 Um I must All puppets must die Every single one I I I hear the sound of springs inside you You're a puppet too You can't fool me All puppets must Die Kill the puppets I I Can't tell what blood and what oil I 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 Ah, das Surviving ist ein hell of its own. Alter Junge! I can't tell what's blood and what's oil! I wish I hadn't run away! Alter Junge! Was ist denn mit dem? Hier ist so ein enger Raum, ich hasse das. Alter Jo, wahrscheinlich! Oha Jo! Alter, jetzt lass doch das mal sein! Oha Jo, ja, 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 komm, komm, ich halte ihn fest! Das geht nur bei Puppen, ne? MEIN! I wish I hadn't run away! Junge, lass mich doch mal zuschlagen jetzt! I'm sorry! I was afraid to die! Joa! Das war das, okay! Boah! Junge! Warte mal! Aber warte mal, hier ging's doch... Oh mein Gott! Mhm! 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 Ausdauer! Mhm! um ausdauer ich die meisten Probleme mit warte mal ich habe doch was bekommen jetzt wenn ich das eintausche kann ich doch nochmal aufleveln oder 100 ergo naja ja macht's gut 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 Sie wandern. Scheiße, Alter. Shit. Alter, wie schnell ist der denn bei mir? Hä? Alter. Boah. 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 Okay. Fuck you! Nein! Scheiße, ich komm doch gar nicht hin rechtzeitig. Alla! Jo, wahrscheinlich! Nichts! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Shit. Shit. Shit, das killt mich jetzt. Nein, nein, weil er mich angezündet hat, die Sau. Ah ja.